Potenzielle Stolpersteine im Dienstleistungsexport. Wie Sie diese erkennen und erfolgreich überwinden können. Sie möchten Ihre Dienstleistung im Ausland verkaufen? Gute Idee! Damit Ihnen dieses Vorhaben gelingt, möchten wir Ihnen zeigen, welche Stolpersteine Sie am Weg zum Exporterfolg behindern können und wie Sie diese erfolgreich überwinden. Fernbeziehung? Kein Problem! Sobald Sie Ihre Dienstleistung ins Ausland exportieren wollen, müssen Sie überlegen, wie Sie die räumliche Distanz zum Kunden überwinden können. Dies gestaltet sich umso aufwendiger, je weiter Ihr Heimmarkt vom Auslandsmarkt entfernt ist. Schaffen Sie Anreize, um die Flexibilität und Reisebereitschaft Ihrer Mitarbeiter zu steigern. Planen Sie Auslandseinsätze professionell und gestalten Sie diese für Ihre Mitarbeiter möglichst angenehm. Unterstützen Sie die Mitarbeiter, die ins Ausland entsendet werden. Zum Beispiel mit Handbüchern oder der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit Kollegen, die bereits einige Zeit im Ausland verbracht haben. Wenn Sie Ihre Dienstleistungen in der ganzen Welt anbieten, müssen Sie auch verschiedene Zeitzonen berücksichtigen. Vereinbaren Sie Zeitfenster mit den Kunden, die für beide Seiten akzeptabel sind. In fremden Kulturkreisen gelten oft andere Feiertage. Sogar die Wochenenden können anders fallen. Andere Länder, andere Sitten. Wenn Sie Ihre Dienstleistungen auch außerhalb des deutschen Sprachraums exportieren möchten, stehen Sie vor dem Problem, dass Sie trotz möglicher Sprachbarrieren die Wünsche Ihrer Kunden verstehen müssen. Englischkenntnisse sind für den Start ins Auslandgeschäft unumgänglich. Weitere Fremdsprachen sind von Vorteil sowohl für die Geschäftsanbahnung als auch für die spätere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Gerade bei Dienstleistungen, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden im Ausland angepasst werden müssen. Wenn Sie die Landessprache beherrschen, verschaffen Sie sich einen zusätzlichen Pluspunkt und genießen so einen Vertrauensvorschuss beim Kunden. Trotz ausreichender Fremdsprachenkenntnisse kann es passieren, dass Sie Ihre Kunden missverstehen. Je weiter der Zielmarkt vom Heimmarkt entfernt ist, umso eher müssen Sie mit kulturellen Unterschieden rechnen. In Bezug auf das Nutzungsverhalten der Kunden oder auch die Art und Weise, wie Geschäfte im Ausland abgewickelt werden. Hierbei kann es hilfreich sein, den Markt im Vorfeld eingehend zu analysieren. Arbeiten Sie auch mit lokalen Partnern zusammen, welche mit der Sprache und der Mentalität der Kunden vor Ort vertraut sind. Hilfe, mein Kunde zahlt nicht. Das Risiko eines Zahlungsausfalls von Kunden oder Geschäftspartnern ist ein sehr unerfreulicher Stolperstein beim Export von Dienstleistungen. Generell sollten bei Eintritt in einen neuen Auslandsmarkt die dort üblichen Liefer- und Zahlungsbedingungen überprüft werden, da sich diese oft vom Heimatland unterscheiden können. Gerade wenn Ihre Dienstleistungen im Rahmen von Projektgeschäften abgewickelt werden, kann sich eine Abrechnung nach Meilensteinen bezahlt machen. Prüfen Sie Kunden im Ausland eingehend auf Ihre Bonität, um die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls zu minimieren. Bei Neukunden empfiehlt sich eine Zahlung per Vorauskasse. Man kann es ja zumindest versuchen, auch wenn das oft schwierig umzusetzen ist. Paragrafen-Dschungel Bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen ergeben sich auch einige steuerliche Herausforderungen. Welches Steuerrecht kommt zur Anwendung? In welchem Land erfolgt eine Besteuerung? Welches Recht kommt bei der Mitarbeiter in Sendung zum Tragen? Aufgrund der Vielzahl an zu beachtenden rechtlichen Regelungen empfiehlt es sich mit den ausländischen Vertretungsbehörden in Österreich sowie den lokalen Außenwirtschaftszentern der WKO frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Für die korrekte Abwicklung im Zielland sollten Sie sich einen Steuerberater suchen, der über steuerrechtliche Kenntnisse sowohl im Heimmarkt als auch im Zielmarkt verfügt. Kurz zusammengefasst empfiehlt es sich vor dem Internationalisierungsschritt genauestens über den Zielmarkt zu informieren. Welche Sprache sollte ich beherrschen und welche kulturellen Unterschiede könnten Probleme bereiten? Wie weit ist der Zielmarkt von mir entfernt und wie kann ich meine Mitarbeiter zu Flexibilität und Reisebereitschaft motivieren? Gibt es Unterschiede im Zahlungsverhalten der Kunden? Welche rechtlichen Aspekte sollte ich berücksichtigen? Wenn Sie diese Fragestellungen vor Ihrem Internationalisierungsvorhaben berücksichtigen, kommen Sie Ihrem Ziel, Ihre Dienstleistungen im Ausland erfolgreich zu vermarkten, ein gutes Stück näher. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihren Auslandsgeschäften. Oprar Dietmar lets mal ein Series auf dien W Во Entdecken G تutreger Und Wie Wenn